Die Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Guten Abend. Wintersport und Fußball später bei dir, Christine. Und auch Jubel beim Tennis. Guten Abend. Unsere Themen jetzt an diesem Samstag. Signal gegen Rechtsextremismus. Deutschlandweit gibt es wieder Demonstrationen. Allein in Berlin protestieren 150.000 Menschen. Vergeltungsschläge nach Drohnenangriffen. Das US-Militär attackiert Stellungen pro-iranischer Milizen im Irak und in Syrien. Und Erfolg im Monobob. Lisa Buckwitz holt den EM-Titel und verteidigt damit ihre Führung im Gesamtweltcup. Es ist das inzwischen dritte Protestwochenende in Deutschland gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. In fast allen Bundesländern gibt es Kundgebungen, mehr als 60 allein heute. Die größte Versammlung gab es in Berlin, zu der ein breites Bündnis von mehr als 1.800 Verbänden und Initiativen aufgerufen hatte. Die Polizei spricht von über 150.000 Teilnehmern. Stefan Merseburger berichtet. Die Menschen sind in Scharen vor den Bundestag gekommen, trotz Nieselregen und starken Windböen. Wir sind die Brandmauer, lautete der Aufruf der Veranstalter. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus und Hass, für Toleranz und Demokratie. Ja, weil ich unsere Freiheit schützen muss und weil ich natürlich dafür kämpfen muss, dass wir so weiterleben können, wie wir gerade leben. 30 Jahre lang hier in Deutschland haben wir in Demokratie gelebt und wir lieben das und wir möchten das verteidigen. Wir müssen raus auf die Straße und unsere Stimme erheben, damit die Rechten nicht immer nur gehört werden und alle Aufmerksamkeit bekommen. Wir sind mehr. Weil vor allen Dingen die Menschen, die als Protestwähler die AfD wählen, jetzt merken, dass das kein Protest ist, sondern einfach der falsche Weg. Seit Wochen ebben die Demonstrationen gegen die Rechtsextremen und den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der AfD nicht ab. Jetzt zeigen Umfragen, dass die AfD an Zuspruch verliert. Eine Folge der Proteste? Sicherlich muss man sehen, das ist auch eine Polarisierung, die da stattfindet. Das verfestigt sicherlich auch den festen Kern der AfD. Aber gerade so diese schwankenden, zweifelnden Wählerinnen und Wähler, die kommen sicher jetzt noch mehr ins Grübeln, ob sie wirklich bei der AfD zu Hause sind. Gewerkschaften, Kirchen und Gruppierungen, mehr als 1800 Organisationen stehen hinter dem Bündnis Hand in Hand. Wir haben diese Freiheit geschenkt bekommen, aber sie ist nicht selbstverständlich. Lasst uns sie nutzen und lasst uns beweisen, was für ein geiles Land wir sind. Danke. Eine Menschenkette um den Bundestag, Bilder mit Symbolkraft. Bürger schützen das Hohe Haus der Demokratie. Auch in vielen anderen deutschen Städten wurde gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Dresden gingen nach Schätzungen des Veranstalters rund 30.000 Menschen für Solidarität und gegen Hass und Hetze auf die Straße. Die zweite große Demo binnen zwei Wochen. 300 Organisationen hatten in Freiburg zum Marsch aufgerufen. Nach Polizeiangaben zogen hier rund 30.000 Demonstranten durch die Innenstadt. AfD-Chef Krupalla sieht in den landesweiten Protesten ein Ablenkungsmanöver der Regierung und rief im Deutschlandfunkinterview Bürger dazu auf, sich, Zitat, nicht von staatlichen Institutionen missbrauchen zu lassen. Gleichzeitig appellierte er an Parteimitglieder, sich zu mäßigen. Erst vor kurzem rief ein ZDF-Bericht über den brandenburgischen AfD-Abgeordneten Hünig den Verfassungsschutz auf den Plan. Dessen Äußerungen zu Staat und Demokratie schlagen weiterhin hohe Wellen. Mehr von Nikola Albrecht. Falkensee in Brandenburg am 18. Januar. Der AfD-Ortsverband hat zum Bürgerdialog eingeladen. Gastredner der Landtagsabgeordnete Lars Hünig. Der schimpft über angeblich korrupte Politiker und Parteien und verspricht seinen Zuhörern schließlich, Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Den Parteienstaat abschaffen. Diese Aussage sorgt für Empörung und Diskussion im Innenausschuss des Brandenburger Landtags. Verfassungsschutzchef Müller zeigt sich alarmiert. Er hat einen direkten Angriff auf die parlamentarische Demokratie gestartet, indem er sagt, wir schaffen diesen Parteienstaat ab und verstößt damit gegen Artikel 21 Grundgesetz, das Parteienprivileg. Dort steht eben drin, dass die Parteien am politischen Meinungsbildungsprozess des Volkes mitwirken und dagegen verstößt er. Die AfD sieht sich unterdessen als Opfer einer Hetzkampagne. Sie würde böswillig missverstanden. Der brandenburgische Innenminister Stübgen entgegen sieht gar Parallelen zur NS-Diktatur. Zitat, mit dem Kampfbegriff Parteienstaat wurde schon einmal die parlamentarische Demokratie abgeschafft. Das war 1933. Und Politikwissenschaftler sind sich einig. Die vielfältige Parteienlandschaft ist Grundpfeiler der pluralistischen Demokratie. Es ist sicherlich nicht so, dass man nicht Kritik an Parteien üben darf oder an bestimmten Entscheidungen, die gefällt werden. Es ist etwas qualitativ völlig anderes, die Abschaffung des Parteienstaats mit dem Wort Parteienstaat insbesondere zu fordern. Für die AfD in Brandenburg könnte dieser Fall Folgen haben. Der Verfassungsschutz will ihn in die Bewertung, ob die Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden soll, mit einfließen lassen. Die Bauern protestieren weiter gegen den Wegfall der Steuerentlastungen beim Agrardiesel. Heute rund um den Frankfurter Flughafen. Laut Polizei kamen Landwirte mit rund 400 Traktoren zusammen. Die Flughafengesellschaft hatte Passagiere dazu aufgerufen, mehr Zeit bei der Anreise einzuplanen. Die Zugänge zu den Terminals seien aber nicht blockiert gewesen. Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir antworten. So hat es US-Präsident Biden angekündigt, nach dem Tod von drei Soldaten bei einer Drohnenattacke in Jordanien. Jetzt folgte die Antwort des US-Militärs. Aus der Luft griff es nach eigenen Angaben mehr als 85 Ziele im Irak und in Syrien an, wie etwa Kommandozentralen und Waffenlager. Die Angriffe hätten den iranischen Revolutionsgarden und mit Tehran verbündeten Milizen gegolten. Dies sei erst der Anfang, erklärte Biden. Aber einen Krieg wolle er nicht. Elmar Thewissen. Das Ziel lag mitten in einer Wohnstraße. Aber die Anwohner in Kaim im Irak bestätigen, dass hier das Waffen- und Raketenlager einer Miliz getroffen wurde. Ein Ziviliststab. Ihr Ärger richtet sich gegen die irakische Regierung. Sie solle dafür sorgen, dass das Militär aus ihren Wohnvierteln verschwindet. Amerikanische B-1-Bomber waren in Texas gestartet. Ein Signal, dass die USA jeden beliebigen Ort in der Welt treffen könnten, auch in Iran. Die Ziele jetzt lagen in Irak und Syrien, auch Stützpunkte der Kotz-Force, der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden. Irans Innenminister verurteilt die Angriffe. Sie würden die Flammen des Widerstandes anfachen. Man müsse weiser handeln, anders als die Amerikaner. Es ist Vergeltung für die bei einem Drohnenangriff getöteten US-Soldaten. Aber auch Abschreckung gegen Iran und seine Helfer. Eine Gratwanderung für den Präsidenten. Die USA, so ließ er wissen, wollten keinen Krieg. Aber wer ihnen schade, bekomme eine Antwort. Und das sei nur der Auftakt. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nur Teil einer Kampagne ist, nicht ein einmaliger Präzisionsschlag auf ein spezielles Ziel. Biden hat bereits weitere Luftschläge befohlen. Und im Pentagon liegen Pläne für direkte Angriffe auf den Iran bereit, wenn die Attacken auf US-Truppen weitergehen. Letzte Nacht mussten US-Kampfjets wieder Drohnenangriffe von der iran-nahen Houthi-Miliz abwehren. Fragen wir noch mal in Washington nach. Elma, es ist eine äußerst angespannte Situation in Nahost. Vor diesem Hintergrund, wie viel Risiko steckt in den US-Angriffen? Ja, das Risiko einer Eskalationsspirale ist wirklich real. Ein Beispiel. Wenn eine Miliz, die zwar mit dem Iran verbunden, aber vielleicht nicht aus Teheran gesteuert wird, wenn diese Miliz einen großen Anschlag verübt, bei dem viele US-Soldaten sterben, dann könnte das ganz leicht weiter eskalieren. Und die US-Regierung will drei Dinge tun, um das zu verhindern. Das eine sind eben diese Luftschläge. Es geht darum, die Fähigkeiten der Milizen und auch der iranischen Revolutionsgarden so zu verringern, überhaupt Schaden zuzufügen. Und das zweite ist, dass die US-Regierung diese Angriffe mit Ansage macht. Das heißt, man gibt das vorher bekannt. Es gibt den Milizen und anderen Gelegenheit, sich in Sicherheit zu bringen. Aber ihr Material, ihre Waffen, ihre Fähigkeiten sollen zerstört werden. Und das dritte ist, dass auf einem Backchannel, das heißt also, über Umwege man auch in Kommunikation steht mit Teheran selber. Und man will dem Regime dort sehr, sehr klar machen, es muss seine Macht nutzen. Und die hat es ja in der Region. Diese Macht nutzen, um den Milizen klarzumachen, jetzt ist Schluss, keine weiteren Angriffe. Also mit diesen Maßnahmen will man versuchen, die Eskalation zu verhindern. Danke für die Analyse nach Washington, Elmar Thewissen. Für Nordirland ist es heute ein historischer Tag. Denn zum ersten Mal hat die britische Provinz eine Regierungschefin, die sie für eine Vereinigung mit der Republik Irland einsetzt. Michelle O'Neill von der katholischen Sinn Fein-Partei. Zusammenarbeiten muss sie allerdings mit der protestantischen DUP. Die will eine enge Anbindung an Großbritannien. Dass beide Seiten an einer Regierung beteiligt sein müssen, schreibt das Karfreitagsabkommen vor, das 1998 den jahrzehntelangen blutigen Bürgerkrieg beendet hatte. Wie beide Parteien knapp zwei Jahre nach der Wahl jetzt doch noch zusammengekommen sind, berichtet Yassin Herrlein. Der Begriff historisch ist in Nordirland ja schon häufiger verwendet worden. Die Geschichte der Aussöhnung nach 30 Jahren Bürgerkrieg hat immer neue Meilensteine hervorgebracht. Heute war es die Ernennung der ersten katholischen republikanischen Erstenministerin. Dass ein solcher Tag kommen würde, wäre für die Generation meiner Eltern und Großeltern undenkbar gewesen. Doch dank des Karfreitagsabkommens ist dies Vergangenheit und wir haben eine demokratischere und gerechtere Gesellschaft. Dies ist jetzt ein besserer Ort für uns alle. Vor zwei Jahren wurde O'Neills Partei Sinn Féin, die langfristig eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland anstrebt, stärkste Kraft in Belfast. Die Großbritannien-treuen protestantischen Unionisten verweigerten sich jedoch einer gemeinsamen Regierung beizutreten, denn sie befürchteten, dass Nordirland von Großbritannien abgeschnitten werde, aufgrund von Zollkontrollen im Warenverkehr zwischen der Provinz und dem Rest des Königreichs im Zuge des Brexit-Abkommens. Diese Probleme sind nun ausgeräumt und die Unionisten stellen die stellvertretende Erste Ministerin. Es wurde aber auch langsam Zeit, finden die meisten in Belfast. Vielleicht wird jetzt wieder Geld investiert, wo es gebraucht wird, ins Gesundheitswesen, in Schulen, Jobs. Es ist eine harte Zeit gewesen. Ich hoffe einfach, dass die Dinge nun besser werden. Wir müssen hoffnungsvoll bleiben. Es muss eine Menge gemeinsamer Regierungsarbeit nachgeholt werden. Nur das sichert dauerhaft eine friedliche Zukunft in Nordirland. Darin sind sich alle einig. Wer in Russland gegen Präsident Putins Angriffskrieg auf die Ukraine protestiert, der muss mit Strafen rechnen. In Moskau sind heute trotzdem Angehörige von Soldaten auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hatten Frauen, deren Ehemänner im Zuge der Mobilmachung in die Ukraine geschickt worden waren. Am Grab des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer legten sie Blumen nieder. Die Polizei nahm 27 Menschen fest, unter ihnen auch ausländische Journalisten. Die Solidarität mit den Soldaten ist groß in der Ukraine. Auch wer nicht an der Front kämpft, der will helfen. Im ganzen Land sammeln die Menschen Geld, warme Kleidung, Erste-Hilfe-Utensilien oder Selbstgebackenes. Unsere Reporterin Anne Brühl hat eine der zahlreichen Initiativen besucht. Unterstützt die, die uns verteidigen, steht an der Häuserecke im Zentrum von Kiew. Es ist das Motto dieses Freitagabends für die vielen, die sich in den Räumlichkeiten von Repair Together treffen, einer ukrainischen Hilfsorganisation. Es ist cool wie eine kleine Party, aber wir machen was Nützliches, das den Leuten um uns rum hilft. Paraffin-Kerzen für die Soldaten an der Front basteln sie hier. Je nach Größe brennen die Kerzen bis zu zwölf Stunden. Wärme für die Schützengräben. Warum ist es wichtig, die Soldaten zu unterstützen? Das ist unser Land. Wir sind unseren Soldaten sehr dankbar für das, was sie tun. Und das hier ist wirklich nur eine Kleinigkeit, was wir machen können, um ihnen zu helfen. Auch viele Männer sind an diesem Abend da. Ob sie keine Angst davor haben, eingezogen zu werden, fragen wir sie. Ich bin bereit, zur Armee zu gehen. Denn wenn nicht wir unser Land verteidigen, wer sollte es dann machen? Wir haben gar keine andere Wahl als zu gewinnen, sonst sehe ich überhaupt keine Perspektive. Der Blick auf ihr Land hat sich seit Kriegsbeginn radikal verändert, sagen uns viele. Dinge, die sie früher nie in Erwägung gezogen hätten, geben plötzlich Halt. Es ist die freiwillige Arbeit, die hilft, mit dieser Realität zurechtzukommen. Das ist wie eine Insel der Gutherzigkeit und der Wärme. Helfen, um sich selbst zu helfen. An diesem Freitagabend in Kiew ist es das, was zählt. Jetzt ein ganz anderes Thema. So sieht Bude aus, Europas Kulturhauptstadt, ganz hoch im Norden. Zur Stunde geht's los mit einer Show im Hafen. 40.000 Menschen leben hier an der Küste Norwegens. In Bude immer dabei die atemberaubende Natur. Und mit mehr als 1.000 Veranstaltungen wird Bude in diesem Jahr ganz sicher ein arktischer Kultur-Hotspot. Klaas Thomsen berichtet. Irgendwie hat am Ende doch noch alles geklappt. In diesen Minuten läuft sie, die große Eröffnungsfeier in Bude. Der Sturm, der die Veranstalter die letzten Tage auf Trab hielt, macht eine Pause. Mit dem kleinen Küstenort in Norwegen ist die Veranstaltung erstmals nördlich des Polarkreises angesiedelt. Mit allen Widrigkeiten. Es ist irgendwie typisch für die Stadt und die Region, dass man das Unmögliche erreichen will. Es gab auch viele Widerstände. Aber am Ende hat es doch geklappt. Wegen des Sturms der Vortage wurde gezittert, ob die Eröffnungsperformance, die mit dem Berliner Künstlerkollektiv Phase 7 umgesetzt wird, stattfindet. Denn die Bühne schwimmt im Hafen, ungeachtet des unkalkulierbaren Wetters. Sturm, das ist ein großes Thema in Bude. Die Natur mit all ihrer Macht und Schönheit wird eine große Rolle spielen im Programm der Kulturhauptstadt. Doch fast hätte einer der heftigsten Stürme der vergangenen Jahrzehnte das gesamte Eröffnungsprogramm gekippt. Die Menschen in Bude stolz, dass sie nun für ein Jahr ein Zentrum der europäischen Kultur sein sollen. Ich hoffe, dass einige Leute in diesem Jahr hierher kommen und etwas erleben, was sie bisher noch nicht kennen. Endlich wird es wahr. Nach all den Corona-Jahren und so. Endlich machen wir es. Eingebunden auch die Sami in dieser für sie traditionsreichen Region. Viele Menschen des Volkes in Lapland legen großen Wert auf die Erhaltung ihrer naturverbundenen Kultur. Es ist toll, unsere ursprüngliche Lebensweise zeigen zu können. Wir haben immer hier gelebt. Und so können wir zeigen, dass wir noch immer da sind und dass unsere Kultur lebendig ist. Die Natur genießen, draußen sein, ob es schneit, stürmt oder die Sonne scheint. Ein gelungener norwegischer Auftakt für ein Jahr als Kulturhalbstadt Europas. So, hier geht es jetzt sportlich weiter, Christine. Neben Wintersport und Fußball hast du auch Tennis im Angebot. Weil es einen schönen Erfolg gab, auch ohne den erkrankten Alexander Zverev haben die deutschen Tennis-Profis die Gruppenphase des Davis-Cups erreicht. Nach dem Sieg des Doppels Gravitz-Pütz gegen die Gastgeber aus Ungarn sichert Jan Lennart Struff den entscheidenden Punkt zum 3 zu 1. Jan Lennart Struff ist anzumerken, dass er die gestrige Niederlage vergessen machen will. Er braucht zunächst Geduld gegen den kurzfristig eingesetzten Gegner Matti Walkusch. Dann das erste Break zum 4 zu 2. Eines von zehn Assen beschert Struff den Satzgewinn zum 6 zu 3 gegen einen Gegner, der kurz zuvor noch im Doppel spielte und in der Welt nicht unter den Top 200 geführt wird. Struff, die Nummer 24 der Welt, befreit sich gut aus defensiven Situationen und lässt dem Gegner im zweiten Satz wenig Chancen. Zwei Breaks eröffnen ihm die Möglichkeit zum Matchgewinn. Und die nutzt er. Zum 6 zu 2. Der Zweisatzsieg bringt den erhofften dritten Punkt. Dann steht fest, das deutsche Davis-Cup-Team spielt in der Hauptrunde im September. 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga und Bayer Leverkusen bleibt unbeirrt auf Kurs als Tabellenführer. Die Ergebnisse. Bei Schlusslicht Darmstadt gewinnt der Spitzenreiter 2 zu 0. Verfolger München besiegt Gladbach 3 zu 1. Freiburg unterliegt Stuttgart 1 zu 3. Mainz Bremen 0 zu 1. Bochum Augsburg 1 zu 1. Das Abendspiel läuft zwischen Köln und Frankfurt. Gestern Heidenheim 0 zu 0 gegen Dortmund. Morgen Wolfsburg-Hoffenheim und Leipzig empfängt Union Berlin. Die Tabellenspitze unverändert. Leverkusen und Bayern trennen 2 Punkte. Stuttgart bleibt mit 10 Punkten Rückstand Dritter. Dortmund verliert etwas den Anschluss. Hinter Freiburg rückt Bremen vor Hoffenheim. Die untere Hälfte beginnt mit Aufsteiger Heidenheim. Augsburg nun vor Gladbach. Am Ende bleiben Mainz und Darmstadt auf den Abstiegsplätzen. Und mehr wie gewohnt im aktuellen Sportstudio. 22.30 Uhr bereits online in der ZDF-Mediathek und 23 Uhr hier im TV. Zu Gast Stanley Ratifo, ein cooler Amateur-Fußballer aus Pforzheim, der gerade als Nationalspieler Mosambiks beim Afrika-Cup war und leidenschaftlicher Musiker ist. Klingt irgendwie spannend. Zum Wintersport in Sigulda Lettland feiert Junioren-Weltmeister Adam Amour überraschend mit Anschieber Benedikt Hertel im Zweierbob seinen 1. Weltcup-Sieg. Platz 3 und 4 gingen an die gestandenen Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Lisa Buckwitz gewinnt im Monobob ebenfalls in Sigulda das Weltcup-Rennen, was gleichzeitig auch den Europameistertitel bedeutet. Mit Startrekord im zweiten Lauf kommt die 29-Jährige schneller auf Tempo als die gesamte Konkurrenz und verbessert sich von Rang 3 auf 1. Laura Nolte wird Dritte und holt Bronze. Buckwitz bleibt nach ihrem vierten Saisonsieg auch weiter im Gesamt-Weltcup in Führung, präsentiert sich in bestechender Form drei Wochen vor ihrem WM-Start in Winterberg. Ja, schöne Einstimmung, macht Lust auf mehr. Dann vielen Dank, Christine. Ich kann Ihnen noch sagen, morgen wird es trüb, oft mit Regen. Wo die Sonne scheinen könnte, gleich von Katja Horneffer. Um 22.45 Uhr gibt es das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Das war es von uns. Danke fürs Interesse und noch einen entspannten Abend für Sie. Guten Abend. Zwischen den Tiefs über Skandinavien und dem Hoch über die Iberischen Halbinsel wird es bei uns windig. Das sehen Sie hier an diesen orangen Windfeldern. Und es fällt auch Regen. Innerhalb von 48 Stunden können bis Montagfrüh zwischen der Lüneburger Heide und dem Bayerischen Wald besonders in den Mittelgebirgen so 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Und auch heute Nacht regnet es vor allen Dingen hier in der Mitte. Im Norden gibt es einen kräftigen Wind aus westlichen Richtungen. Doch diese Nacht wird mild sein. Mit Tiefstemperaturen zwischen 10 Grad am Niederrhein und 0 Grad am Alpenrand. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 7 Grad an der Ostsee und in den östlichen Mittelgebirgen und 13 Grad am Oberrhein. Direkt am Alpenrand könnte es auch etwas milder werden. Heute meldete Garmisch 17,3 Grad Höchsttemperatur. Denn auch morgen werden direkt am Alpenrand so 5 bis 6 Sonnenstunden zusammenkommen. Sonst wird das ein trüber Sonntag, häufig mit Regen. Etwas Sonnenschein gibt es auch an den Küsten von Nord- und Ostsee. Und die neue Woche startet sehr mild. In Norddeutschland ziehen immer wieder Regenwolken durch. Im Süden ist es deutlich sonniger. Schönen Abend.